Wie war die Situation beim Eintreffen, wie die Feuerwehr daherkommen ist? Beim Eintreffen war die Situation so, wir haben zwei Fahrzeuge, die frontal zusammengefahren sind, vorgefunden. Wir haben dann in weiterer Folge einen 3-fachen Brandschutz aufgebaut und mit der Menschenrettung begonnen. Was haben Sie mit den Verletzten gemacht? Wir haben die Verletzten mittels Bergegeräte rausgeschnitten und in weiterer Folge dann der Rettung übergeben. Wie viele Verletzte waren in Summe die Feuerwehr und die Rettung betreiben müssen? Zwei Personen haben wir retten müssen und insgesamt waren aber drei Personen betroffen, wobei die dritte Person nicht verletzt war. Was müssen wir als beteiligsten machen? In weiterer Weise machen wir noch Absicherungsmaßnahmen und die Autos werden jetzt mittels Wechsel oder Fahrzeug geborgen. Fertig clean! Untertitelung des ZDF, 2020